vorgestern habe ich mit dem handy rumgedaddelt bin auf google und da werden mir immer die nachricht dann gezeigt also beiträge und so und da ist mir fast das essen aus dem gesicht gefallen als ich das hier gesehen habe holen sie sich zinsen für ihr geld ja gut das ist ja erstmal grundsätzlich in ordnung eine kolumne von hermann josef tenhagen ja wichtiger mann die zinsjagd lohnt sich wieder bei vielen banken hat sich da etwas getan bis zu drei prozent für ein dreijähriges festgeld sind wieder möglich so jetzt wollen wir mal gucken was der herr tenhagen hier so schreibt der herr ist ja der der gehört jetzt zur stiftung warntest oder zur finanztest ist da eine große nummer ist auch oft im fernsehen ja mit expertenrat und so weiter also was der sagt ist wichtig so und was haben wir denn hier das erste mal seit jahren lohnt es sich wieder nach den zinsen bei der geldanlage zu schauen tatsächlich bieten einige heimische bank inzwischen drei prozent im jahr für ein dreijähriges festgeld das ist zwar weniger als die zu erwartenden inflation in dieser zeit macht aber einen unterschied aus 20.000 euro auf einem festgeldkonto werden nach drei jahren fast 22 euro teuro ja lustig euro natürlich viel besser als nichts ja ist ja grundsätzlich erst mal richtig viel besser als nichts das auf jeden fall ja und er bringt es ja auch auf den punkt ja weniger als die zu erwartende inflation in dieser zeit ja schade dass er da nicht ein bisschen ausholt und also sein tipp abgeht wie sich die inflation entwickeln wird aber viel witziger wird das hier unten gucken ich habe das vorhin schon gefunden wo war das ja da haben wir die geldanlage anpassen tatsächlich aber legt die entwicklung nahe seine geldanlagen wieder etwas differenzierter zu betrachten in den zeiten der niedrigzinsen hatte sich festgeld kaum noch gelohnt viele hatten nur tagesgeld für eine eiserne reserve und alle planbaren ausgaben der kommenden jahre und ansonsten auf einen aktien etf für die langfristige geldanlage gesetzt künftig lohnt es sich wieder also hier steht wirklich es lohnt sich für planbare ausgaben in ein zwei oder drei jahres geld als festgeld anzulegen es lohnt sich sagte herr tenhagen hier und sich die zeit zu nehmen die angebote genau zu vergleichen und sich über hunderte euro an zinsen zu freuen auch wenn diese zinsen nach wie vor dem kaufkraftschwund durch inflation bei weitem nicht kompensieren hallo ich krieg das hier gar nicht markiert ja also ich krieg plack auch wenn diese zinsen nach wie vor den kaufkraftschwund durch inflation bei weitem nicht kompensieren ja aber wieso soll man das denn dort machen wieso heißt es es lohnt sich wieder ja schauen wir mal zurück wir hatten 0 prozent wir hatten 0,02 prozent oder 0,5 prozent oder was weiß ich wenig zinsen aber wir hatten eine inflationsrate von zwei prozent also damals war das im grunde viel viel besser wenn ich halt ein festgeld mache zum beispiel 10.000 euro auf dem konto packe für null zinsen aber ich weiß die inflation ist nur zwei prozent ja dann habe ich halt nur zwei prozent kaufkraft verloren aber jetzt meine güte wow drei prozent das lohnt sich wieder man kann sich über mehrere hundert euro freuen ja pack dein geld für drei prozent für drei jahre weg und dann hast du zehn prozent inflation pro jahr und das ist im ersten jahr zehn prozent das ist im zweiten jahr zehn prozent vom dritten jahr da bleibt nachher nichts mehr übrig wieso soll sich das denn heute lohnen ich habe tränen in den augen leute schreibt mir doch mal eure meinung in die kommentare und wie ich da psychologisch drüber hinweg komme das macht mich echt fertig also bis zum nächsten video ciao